Herzlich willkommen bei einem sehr außerordentlich komischen, seltsamen Quickie Stream von der Del... ...Delsü. Der Sü. Wir haben Tag zwei. Wir laufen gerade auf einem Stück, wo keine Wolke ist, aber vor mir, ich kann euch das ja mal kurz hier mitzeigen, ziehen schon wieder die Wolken rein. Da ist irgendwo die Sonne. Epeak. Wir befinden uns gerade auf einer Straße, weil es nicht anders geht. Also wundert euch nicht. da geht das los du musst vielleicht den leuten noch mal ganz kurz die mission erklären und dann wird das vielleicht auch ein bisschen logischer ok ok also ich bevor ich was erkläre ganz kurz der ausblick so genau wir laufen nämlich gerade jetzt hier oben ein stück um diesen canyon zu umlaufen weil wir nämlich dahinten hin müssen und dahinten über eine hochebene und dann runter es kann also gut sein dass wir in circa 15 stunden da drüben laufen so das ist krass okay stellt euch vor ihr versucht von einer seite einer insel auf die andere seite euch durchzuschlagen karte kompass bedeutet keine abgefertigte strecke die man kennt wo man sagt ja hier geht man da viel los und den nehmen und hoch und rüber fällt ist die ist die kacke nein denn der riesen unterschied zur ersten des über exakt einer geraden linie folgen so und diesmal geht es quasi als mission nicht um diese linie sondern darum von einer seite auf die andere seite der insel wie man schon gesagt hat mit karte kompass das heißt man guckt man geht ein bisschen querfeld ein man probiert man weg man geht vielleicht alte kleine trampelfahrer man geht aber auch mal wie hier jetzt ein stück straße um zum beispiel so ein riesen canyon durch den du einfach nicht lebend durchkommen würdest machen wir uns nichts vor ein stück zu umgehen um dann hinten wieder und das wird ihr im video sehen wahrscheinlich in eine richtige krasse hochebene zu kommen die schon so ein bisschen wüstenartig ist ja und wir haben uns jetzt dazu entschieden hier kurzen stream zu machen weil das die einzige passage wahrscheinlich auf der ganzen strecke ist wo wir mal so geradeaus laufen auf einer straße und auch mal ein stream machen können weil bei dem anderen gestern zum beispiel ging es halt 1300 höhenmeter nur hoch nur hoch da kannst du kein stream nehmen die andere seite die kalte luft hoch da hinten ist es mehr aber lasst euch nicht täuschen davon das bedeutet nicht dass da quasi schon du ins meer kommst sondern darunter dahinter geht es noch mal runter genau also hier seht ihr ja so ein bisschen zivilisation und das ist quasi eigentlich nur die von hier bis dahin ist nur die zwischenstufe und dahinter geht es noch mal richtig richtig runter zum meer und wir sind ungefähr da hinten um die ecke das sieht man alles gar nicht mehr gestartet haben wir auch schon gut was hinter uns und ja durch so dinge sind wir gestern ja auch durch ne ja also es ist es ist sehr verschieden wir haben mal forstwege wir haben kleine wege wir haben wie hier jetzt auch eine straße wir haben irgendwelche kleinen kuhpfade wo martin auf einen vieren läuft es ist die komplette bunte mischung und nicht zu vergleichen mit der ersten dsü wo wir in der geraden linie folgen es ist ich kann dir ganz ehrlich sagen dass bei der dsü am anfang war zwar nicht viel nicht weit war krass und so weiter aber das hier ist quasi wie ein marathon ja das andere war ein sprint und das ist hier marathon ist echt so also dass das muss man mal auch mal so sagen ich bin ja nun kein großer bergwanderer oder sowas ich bin nur froh dass ich tatsächlich mich kontinuierst konditionsmäßig ein bisschen vorbereitet habe denn das was wir gestern gesquattet haben das geht auf keine kuhhaut apropos kuhhaut martin ist happy total happy hier sind überall kühe man sieht hier so ganz kleine zäune oder sowas die halten quasi die kühe davon ab dass sie auf die straße rennen oder halt sich weiter nach oben bewegen aber da wo wir gestern fast den halben tag gelaufen sind waren immer mal so random eine kuh einfach so die einfach so aus der ecke raus also ich habe mich ein zweimal erschrocken und als wir da auf diesem ganz ganz prekären fahrt waren aber das lasse ich mal fürs video offen weil das war schon echt heftig ich kann euch nur so viel sagen ich bin auf allen vieren gelaufen und das durch komplette kuhscheiße also ihr könnt euch jetzt schon mal ein wecker stellen wenn das ding losgeht bei fritz das wird genau also jetzt wir sind wir sind mittendrin wir haben rein wegstrecke technisch noch nicht mal die hälfte wir haben die meisten höhenmeter haben wir schon grob hinter uns weil wir halt komplett bis oben aufgestiegen sind aber wir haben jetzt noch richtig kilometer zu schrubben ja und das heißt wir wissen noch gar nicht wann wir ankommen der plan wunschvorstellung wäre heute abend ja ja quasi zwei tage mit einer übernachtung das wäre auch schon geiles tempo aber es kann halt auch irgendwas noch dazwischen kommen wo wir uns verlaufen wo wir noch mal zurück müssen wo wir ein wasserproblem haben wasser so wie gestern das wissen wir halt alles nicht so und stand jetzt ist der plan das erste video bei mir ja der komplette aufstieg bis zur übernachtung mit diesen verlauf geschichte und keine arm was und dieser zweite teil und jetzt bei martin wir haben eine heftige hochebene vor uns wir haben gleich noch ein wahrscheinlich levada fahrt wo es wirklich ins dickicht reingeht vor uns und auch noch ich vermute einen dschungelartigen abstieg ich sag mal so ich habe es nur auf der karte ein bisschen gesehen und ich glaube das könnte ganz spannend werden das wird definitiv spannend also dann auf den letzten meter wo die kraftreserven quasi auch schon ein bisschen aufgebraucht sind dann muss ich euch noch ein neues mitglied vorstellen das ist bamboo 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 ist mein self defense schrägstrich abstandshalter schrägstrich wander ich stütze mich abstock aber in ultra leicht version am anfang wurde ich belächelt meinte fritz auch so der bricht jedoch selbst kaputt achte ich mach mal kurz den biegel test der ist flexibel wie sau klar damit kann es jetzt kindstab hochsprung machen aber ja das ist schon mir hat es gestern sehr geholfen beim aufstieg definitiv noch eine spannende geschichte was ein riesen unterschied ist zur ersten durchschlage über die erste war so ein bisschen ich sag mal militärisch angeaucht der robuste sachen ja ich auch fernspier ganz dick so militärisch und diesmal geht es eher in die leichte variante klar wir haben trotzdem stiefel und und robuste hosen an und und auch halbwegs robuste rucksäcke wenn wir uns irgendwie durchschlagen aber gerade beim übernachtung setup oder bei bestimmten anderen ausrüstungsgegenständen ging es diesmal wirklich darum okay so effektiv wie möglich sein wir haben den ausrüstungsvideo zusammen gedreht weil wir sehr sehr viel neue ausrüstung haben die wir auch testen auf dieser tour ja das kommt bei mir und generell auf der durchschlag übung seht ihr natürlich auch okay was funktioniert wie zum beispiel ich habe im biwaksack geschlafen martin im zelt ja aber alles ich spiele mal nicht aber es sind schon heftige unterschiede definitiv wir haben auch die ganz ganz klaren unterschied dass das zelt hört sich jetzt mal so an so er mal ja wie am zelt wenn es ist tatsächlich das ultraleicht ding das ist halt also andere würden dazu drachen sagen die würden es steigen lassen das ding so ich finde es sieht auf jeden fall spannend okay ich muss mal ganz kurz hier die kamera drehen damit ihr mal seht was das gleich auf uns zukommt da ist fritz so jetzt denkt ihr so ja da hinten quasi das da ja und da hinten kommt quasi wieder ein aufstieg nach oben es ist ja halt ein auf und ab und ja das ist hier ach ich sag euch das ist geisteskrank oh mein finger ist vor der linse weiß aber nicht wo meine linse ist so technik ach da okay das ist der planet drückt aber ich bin ganz froh dass noch ein paar wolken vor sind weil das ist wenn die sonne rauskommt ist hier das hier das das rally das ist schon ein bisschen krank hier ich glaube jetzt sieht man den canyon auch noch mal ein bisschen besser hier ein kucker machen das klar wird dass das das einfach kein durchkommen ist ja das ist dieser riesen genau das ist das hier was ihr seht dazwischen dieses dunkle ist diese riesen schlucht die wir jetzt versuchen da hinten irgendwo zu umgehen das ist sinn und zwecht der ganzen sache sunny schreibt sie will dschungel sehen sunny wirst du im video sehen definitiv im video wirst du als kleines verständnis madeira hat verschiedene können wir fast sagen klimazonen und der wir sind im süden gestartet ja und im süden ist es eher trockener sonniger seht ihr in meinem video quasi jetzt kommen wir gleich irgendwann in die hochebene hier oben ist es sehr wechselhaft mal wolkig mal stürmisch wir haben gerade echt glück mit dem wetter aber auf der rückseite norden wo wir absteigen da ist es eher feucht tropisch farne und da würde da wird es dschungelmäßig das wird krank weil das ist die seite wo ich immer sage das ist jurassic park weil es da so feucht ist und das seht ihr dabei bei mir im endeffekt im video wir haben aber auch so ein bisschen jurassic park bei mir direkt am anfang der start ich sag euch die ersten die erste stunde für uns vom laufen her geisteskrank geisteskrank völlig krank und geil werdet ihr sehen also es ist langfristig wie das losgeht einer da haust du dich in den dreck ja das ding ist auch was sie kann an verloren gerade sagen eben doch auf jurassic park war ich madeira übergang blablabla ach so warum wir hier oben ins stream machen und nicht zum beispiel auch schon mal im dschungel oder worum wir sind denn da gibt es kein netz das heißt wir müssen hier oben auf dem hof der hoch eben oder auf dieser passstraße oder was das hier ist machen weil nur hier habe ich quasi netz da unten in den dschungels oder kannst du vergessen ja ganz ehrlich da hast du auch keine nerven stream weil du musst wo trittst du hin so da kannst du nicht zur seite gucken nein das ist so du kannst dir eine gopro auf den kopf schneiden ja du kannst vielleicht auch mal jemanden filmen aber du kannst nicht streamen und den chat gucken und die kamera auch wenn du bergab oder bergauf gehst deswegen ist das jetzt hier die einzige möglichkeit um euch überhaupt mal ihr ein kleines update zu geben ja genau und das lebenszeichen raus zu hauen einfach mal so gut ja dann ist ja noch was anderes passiert kannst du mal meinen wanderstock und mal kurz die seite wechseln ich glaube martin ist verrückt ja ich sag's euch ehrlich er ist verrückt und erlebt gefährlicher macht so dinge die hier sonst keiner macht und am ende überlebt er nur knapp